Hallo zusammen, hier ist Oli von Galaxus. Ich möchte euch nach einem kurzen Päuschen wieder ein Video zeigen. Es geht um den Aircraft Carrier. Das ist eine Drohne, die gleichzeitig auch als Boot und Auto benutzt werden kann. In der man einfach per Fernsteuerung die Flügel auf- und runterstellen kann. Ziemlich geil. Wir testen das schon zusammen. Darum sieht es im Moment auch gebraucht aus, mit Wasserflecken und allem drauf. Sie kommt wieder mit Akku, mit Ladegeräten, mit der Fernbedienung, mit Ersatzpropeller und Zubehör. Ich zeige euch jetzt einfach mal, was wir schon getestet haben. Ich zeige euch jetzt ein Video. Vielen Dank.